Mit Hilfe der DIMO-ID-Software können Sie Etiketten von und zum XTL-Etikettendrucker übertragen. Mit dieser Funktion können Sie individuelle Etikettenvorlagen oder Dateien erstellen oder Ihr persönliches Bild oder Logo hinzufügen und die Datei dann auf Ihrem XTL-Etikettendrucker übertragen, um sie vor Ort zu nutzen. Die Transferfunktion ermöglicht Ihnen auch, Etiketten auf Ihren Computer zu speichern und die Etiketten auf Ihrem XTL-Etikettendrucker zu verwalten. XTL-Etikettendrucker verfügen über einen Speicher von 41 MB, um Etiketten, Bilder und Vorlagen zu speichern. Das Übertragen der Etiketten von und zu DIMO-ID ist ganz leicht. Wählen Sie auf dem Startbildschirm erst die Option Dateien verwalten, dann Meine Etiketten und wählen Sie nun das Etikett, das Sie übertragen möchten, aus Ihren Dateien aus. Klicken Sie auf den Pfeil, um anzugeben, ob Sie die Datei auf den Etikettendrucker oder auf den Computer verschieben möchten. Wenn Sie neue Vorlagenaktualisierung oder Bilder von der DIMO-ID-Software zur späteren Anwendung auf Ihren Etikettendrucker laden möchten, wählen Sie einfach die Option Meine Bilder oder Vorlagen. Klicken Sie auf Ihren Etikettendrucker